Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Rhein-Elektis-Stadion zum Spielungslösen-Gesetzigen-Göln-Gesetzigen-Gesetzigen-Gesetzigen-Gesetzigen-Gesetzigen. Die Meisterschaft 1989 und 1990 und statt letztmalig im Pokalfinale 1991 gewinnt. Und einen ehren Applaus für Dietmar-Ansinger-Molken. Und unser erster Schussbeutler, der Corona-Denner 20-Nami, mit der Nummer 2-Mano, mit der Nummer 4-Timo, mit der Nummer 6-Timo. Mit der Nummer 7-Win, der Florian, mit der Nummer 14-Johann, mit der 24-Chef, mit der Nummer 27-Demi, mit der 28-Elly, und mit der Nummer 37-Linten. Und sehr nice, temper! Aufmerksamkeit! 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 Wir uns von uns hier, entdecken! 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 Und wir uns von uns hier, entdecken! Und wir uns von uns hier, entdecken! Das war's für heute. 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 Das war's für heute.